Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspielfreunde zu Bidos G2 Shadows of Amm. Gut, wir haben einiges an Quests. Deswegen gucken wir mal, was wir so machen sollten. Also einmal könnten wir jetzt in die Kupferkode erstmal gehen. Und dort wegen dem Steinverkäufer, dem Dürker reden, also dem Dunkelzwerg, mit dem Dunkelzwerg reden. Wegen dem, wie heißt das Zeug nochmal? Elysium, genau, wegen Elysium fragen. Dann sollten wir auf jeden Fall mal ins Hafenviertel, das mit der Hafnerfeste erledigen, damit wir nicht von Hafnern ständig angegriffen werden. Und dort können wir dann auch uns gleich mal um die Sache mit Renald Blutskipes Problem kümmern, also die falsche Schattendiebesgilde. Und den Rest sehen wir dann hier. Bei einem Brückenviertel sind wir mehr oder weniger fertig jetzt. Abgesehen von dem Lich und falls uns mal noch eine Quest dorthin führt. Ja, und die Astral-Ebene da, ne. Die will ich aber erst machen, nachdem wir Handelstreff gemacht haben. Und bevor wir den, obwohl den Friedhof, den können wir auch vorher machen. So, also erst in die Slums. Das ist ja zum Glück kein weiter Weg. So, und dann einfach in die Kupferkrone rein. Ihr müsst eure... Wie sieht's eigentlich mit der Identifizierung aus? Haben wir gerade nichts mehr? Haben wir noch viel Zeug zum Identifizieren eigentlich? Also ja, ich weiß, Jahira hat hier auf jeden Fall noch... Zwei Schutzformeln. Das könnten verfluchte Schutzformeln sein. Deswegen sollte ich die bei Zeiten mal identifizieren. Für den Fall, dass wir die dann verkaufen können. Das mit den Bolzen ist nervig, dass wir die nicht identifizieren können. Obwohl es ziemlich klar ist, dass das Bolzen plus zwei sein müssten. So, ordnen wir jetzt eine Pfeile mal richtig. Du hast nur Feuerpfeile, du hast Pfeile plus zwei und Eispfeile. Hast du hier auch einen Stack. Okay. Ja, und wir haben hier jede Menge Schleuderkugeln plus zwei. Und auch diese Sonnensteinschleuderkugeln. Die könnt ihr eigentlich mal als erstes verballern. Jo, das macht Feuerschaden. Das sind also Feuerschadenskugeln. Wobei, machen wir es so. Erst die. Dann die, dann die. Dann die Vierziger. Und dann was... ... bei den beiden so rumliegt. Jetzt müssen wir den Zwerg in der Kumpferkrone finden. Ja, da ist er sogar schon. Hi, Ungar. Ich brauche ein schlugstarkes Zwergenbier. Was starrt ihr so? Es ist nicht verboten, ein Zwerg zu sein, soweit ich weiß. Wendet eure Augen von mir ab und platziert sie lieber an einem sicheren Ort. Ah, aber ihr seid kein gewöhnlicher Zwerg, oder? Kein Grund für Feindseligkeiten. Ja, der hat mich geschickt. Ich möchte mit euch über Lithium reden. Tut mir leid, wenn ich euch gestört habe, aber ihr scheint von vorher verstört gewesen zu sein. Ihr seid kein gewöhnlicher Zwerg, oder? Mir gefällt euer Atomfall nicht. Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann spuckt es aus, bevor sich eure Zähne draußen umschauen können. Ihr habt mich gehört, Dürger. Ihr solltet meinen Worten lauschen. Ich brauche Lithium. Kein Grund, wütend zu werden. Ich habe es nicht böse gemeint. Jalia hat mich geschickt. Ich brauche Lithium. Ich entschuldige mich zutiefst. Ich werde jetzt gehen. Kein Grund, wütend zu werden. Hatsi? Blutige Höllenfeuer. Ich muss mich mit dem Mädel mal unterhalten. Ich gehe davon aus, dass ihr genug bezahlt habt, dass sie in der Lage ist, mit mir zu teilen. Sie würde es sicher auch für klug halten, das zu tun. Ihr sucht das Lithium, ja? Ich habe keines und ich werde auch in nächster Zeit keines bekommen. So, jetzt wurde das erledigt. Es lebt wohl. Bitte, es ist für den Ruhm von Latanda, dass ich mit euch spreche. Wartet, das könnte sehr profitabel für euch werden. Wollt ihr es euch nicht nochmal überleben? Ich denke, ihr bleibt und redet, Dürger. Ihr wollt doch nicht, dass ich laut werde, oder? Also, das mit Latanda sollten wir nicht unbedingt erwähnen. Der ist der Morgenfürst. Und morgen ist für Dürger und Dwaru nicht gerade die beliebteste Uhrzeit, wenn die Sonne aufgeht. Deswegen profitabel. Das ist egal, na, ich habe kein Lithium, so einfach ist das. Meine Quelle ist unerreichbar und ihr kriegt keins. Ihr könnt euch gerne aufregen, aber helfen tut das auch nicht. Das hört sich an, als wäre das keine geplante Knappheit. Wo ist das Problem? Hab wohl keine vernünftige Lagerhaltung für eure Vorräte. Was? Ihr seid wohl einfach unzuverlässig. Was könnte denn helfen? Diese Sache ist sehr wichtig. Ich glaube, das glaube ich, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich kann das, was ihr braucht, nicht beschaffen und ich habe auch nicht die Möglichkeit, das zu ändern. Des Weiteren habe ich keinen Grund zu glauben, dass ihr mir helfen werdet. Sagt mir bitte, warum ich mir die Mühe machen sollte, euch meine Probleme anzuvertrauen. Ich habe kein Interesse daran, einem einfachen Händler etwas zu leide zu tun. Wo sonst könnt ihr die Hilfe bekommen? Ihr könnt eure Probleme nicht beheben, sonst hättet ihr Lithium. Was könnt ihr sonst tun? Nehmen wir das Erste. Nirgends. Die Sorte ist selbst zu den armseligen Zwergen in den Hügen und Bergen unfreundlich. Nun gut, na, ihr wollt an meinem Problem teilhaben, dann werde ich sie euch sagen. Wenn ihr Lithium wollt, müsst ihr darauf warten. Wir bauen es tief unter Tage ab, eine sehr gefährliche Angelegenheit. Selbst wenn die Produktion normal verläuft, ist es sehr selten. Aber das sind alles sinnlose Informationen, denn meine letzte Lieferung ist jetzt nicht angekommen. Mein idiotischer Bruder, dieser kieselköpfige Halbling, sollte die letzte Lieferung der Saison verschiffeln. Aber ich habe seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Denn da sollte besser tot sein, sonst bringe ich ihn eigenhändig um. Vielleicht kann ich uns beiden helfen. Wenn ich zustimme, eurem Bruder zu finden und ich erfolgreich bin, würdet ihr mir das Lithium geben, das ich brauche? Bah, ich halte nichts von euch unter eurer wertlosen Sipschaft. Ich werde andere Mittel finden, um das zu kriegen, was ich brauche. Wo kann ich euren verlorenen Bruder finden? Nehmen wir das Erste. Wenn ihr eure Haut für meinen Nutzer's Bruder riskieren wollt, dann soll es so sein. Er wird sich wahrscheinlich unter der Oberfläche eines Tempels bei dem Osten verstecken. Vermutlich hat sich der Trottel den ganzen verdammten Ort auf seinen dämlichen Schädel fallen lassen. Findet den Bastard und ich werde euch das Erz geben. Hier, ich werde euch den Ort auf eurer Karte zeigen. Gut, ich werde tun, was ich kann, um uns beiden zu helfen. Karte aktualisiert, überzeugt es ja, als Hales für den Tempel zu arbeiten. Ja. Ungar Dunkelhügel erzählte mir, dass seine letzte Ladung in Lithium nicht angekommen ist. Die Ladung sollte von Ungars Bruder Gorye überbracht werden, aber er wird schon seit Wochen vermisst. Ich habe mich bereit erklärt, nach Gorye in den Ruinen des Tempels eines toten Gottes zu suchen. Und wenn ich erfolgreich sein sollte, hat Ungar versprochen mir, das nötige in Lithium zu geben. Lass mich raten. Der da? Oh Gott. Dann will ich nicht schon wieder rein und das ist mir auch irgendwie neu. Ich glaube, das ist durchs Unfinished Business zustande gekommen, dass ich jetzt erstmal den Bruder suchen muss. Aber gut, das gibt dann wahrscheinlich, hoffentlich, zusätzliche Erfahrungspunkte. Und für uns mehr, schnellere Level-Ups. Weil, wie gesagt, ähm... Ja, Keldon braucht noch seine Stufe. Minsk hat seine Stufe schon. Eigentlich habe ich mir ja notiert gehabt. Ähm... Persönlich. Wenn Minsk in Level 11 aufgestiegen ist, so rum, also auch wenn Keldon nachgezogen hat. Und vielleicht Teile des Restes auch. Zum Beispiel Erwi kriegt einen neuen Kleriker-Rang. Bis dahin... Vielleicht steigt ja hier auch noch auf. Können wir auch den Schattendrachen nochmal probieren. Vor allem, weil wir einen Todeswolken-Zauberstab haben. Äh... Gut. Die Docks. So, wir gehen... Hier rum. Und ganz langsam in Richtung Kaffner-Feste. Das da, Galloways anwesen. Oder Galvary's anwesen. Bin ich echt froh, dass ich kein Vorleser bin und die Legenden von Trissit vorlesen muss. Die Namen, die da drin vorkommen, sind teilweise noch schrecklicher als in diesem Spiel. Allein schon ja den Namen des Hauptcharakters auszusprechen, kann einem die Zunge brechen. Der Reim war nicht beabsichtigt. Ah, gut. Lieber einen Quicksave machen. Ja, wir sind in der Hafner-Feste. Oh ja, wir können auch noch die Hafner-Feste mal vollständig ausräumen. Keine große Herausforderung. Aber da war doch was mit der Hafner-Feste. Das ist alles, Reeles und Rückkehr zur Hafner-Feste. Äh... Ja. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Wir sind alle Sand-Helden. Ihr, Bo und ich. Genau, hier ist verschlossen. Ich kann auch auf der ganzen Welt frohlocket. Oh, ein Identifizierungszauber. Montarons Leichnam. Das ist die Leiche im Montaron des Verbindes von Zahn im Magier. Scheint so, dass die Leiche von den Hafnern versteckt wurde. So, dass sie da Exala zu bringen konnten, den Vogel für Montaron zu halten, der sozusagen einen Untergang führte. Aha. Äh, ja, gut. Oh, Aerie hat ihren Level abbekommen. Das ist auch nicht schlecht. So, das war alles hier drin. Was machen wir jetzt mit Montaron? Gut, erst mal wird Aerie den Stufenaufstieg. Ich helfe, wo immer ich kann. Schwierigkeitsgrad runter. Eine Stufe aufsteigen. Rettungswurf gegen Tod. Etw um zwei reduziert. Wow, das ist gut. 1,1 neue Zauber und ein Trefferpunkt. Naja, mit Aerie ist das halt wirklich nicht so mit den Trefferpunkten, aber sicher ist sicher. So, neue Zauber in der Priesterstufe. Äh, hier. Schutz vor dem Bösen oder eine koordinierte Verteidigung? Ach, die geringe Genesung würde ich mal... Nee. Das ist übrigens etwas, was ich hier mal rausschmeißen könnte. Einmal für den Augenblick. Und lieber... Schutz vor Lebenskraftentzug. Der wäre zum Beispiel auch nicht verkehrt. Äh, ja.